Wir sind gerade mit Lenny auf dem Spielplatz und haben einen zweiten Teil von unserem Video gedreht. Er fühlt sich hier gerade voll wohl. Er hat sich schon voll oft hingelegt, deshalb sieht es hier auch so ein bisschen umgegrubbert aus, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was ist das? Da, mach ich hier! Mach dich hier! Pass auf, dass du nicht ins Auto. Ich hab's gesehen. Super! Hallo! Hallo! Oh, schon ein Foto! Wer will schon Pferde füttern? Kannst du einmachen? Ich film schon, ich film schon. Fette Promo. Er ist noch. Ach, er ist noch. Das arme Tier ist noch. Ich stresst ihn noch nicht so. Er ist schneller, ich weiß noch nicht. Ganz ruhig. Hat er da seine Fototasche drin? So ein Assistenten brauche ich auch. Guck mal hier hinten, oder? Super. Komm mal her. Noch ein Stück. Guck mal, meine Villa. Der ist noch. Der ist noch. Der ist ja auch schon alt. Ich hab gelernt, das darf man nicht sagen. Ich hab gelernt, das darf man nicht sagen. Oh nein. Er nimmt, er nimmt auch gleich die ganze. Er ist gar kein Pflicht. Das ist gar kein Pflicht. Das ist so. Hi, was machst du hier? Hallo. Weiß ich nicht, was die da machen. Du bist aus der Schule gekommen, oder? Nee, das war der andere. Du bist aus der Schule gekommen, oder?